Ich dachte, ich habe mich schon mal, dass die die überholt hätten, aber ich dachte eigentlich, die wären jetzt davon gefahren. Naja gut, das ist aber egal. Ich dachte auch, die wären jetzt davon gefahren. Aber es hat ja eh keine gute Aussicht drauf. Naja, dieser Fahrersitz steht jetzt zu hoch, glaube ich. Okay. Wenn ich hier geradeaus gucke, gucke ich nicht aus dem Fenster, ich gucke oben auf die Bildspiegel. Ja, ich schaue schon noch aus dem Fenster, aber auch nicht unbedingt direkt. Ich muss mit Alt runtergucken, damit ich die Straße sehe. Vor allen Dingen ist meine Sicht schräg. Ja, ich weiß mal auch. Das ist dieser Fahrersitz und der Beifahrersitz, der abzukürzt in dem Fahrzeug. Okay. Okay. Wir werden nicht groß absitzen und mehr beschützt bleiben. Wir bleiben einfach hinter dem Bader, fahren wir so um die Seite und dann flexen wir hier ein bisschen. Ja. Natürlich ein bisschen G-Cookie machen. Vielleicht eins, zwei entschärfen. Und Leute behandeln? Ja. 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 Wir werden beschossen. Fahr zurück, Fahr zurück, Fahr zurück. Fahr zurück, Fahr zurück. Und Leute verletzt? Nein. Mir geht's gut. Ja, passt. Auf der Brücke steht auch ein Frackteil, das sehe ich noch gerade so. Mehr kann ich aber auch nicht erkennen. Das ist keine Brücke, das ist eine Furt. Ja, eine Furt. Da oben steht ein Fahrzeug. Ja, ich sehe es gerade, wir fahren zurück. Das war ein Megalank. Ja, ja, ich... Gucken wir mal, dass wir beschossen werden, ich fahre zurück. Stopp! Ja, ja, Entschuldigung. Wie ist der Rufname von Marder? Marder. Marder, hier unten kommen. Ah... Siehst du die kaputte Scheibe? Da kommt keiner. Ja, wir haben eine kaputte Scheibe, ja. Bei dir ist sogar ein Loch drin. Ich weiß. Hier war verletzt worden? Nee, ne? Irgendwo noch... Okay, irgendwie noch heile. Ich... Dann ist voll erwischt. Du bist grün. Ja, ich wollte es hier. Ich glaub, ich sollte ja eh nichts abbekommen haben. Hier ist schon drunter, sprüttet worden. Trübe. Marder, hier Hund, kommen. Hier, Marder, kommen. Sie sind beschossen worden, haben sie zurückgesetzt. So verstanden. Marder, derzeit... Zwo feindlich... Zwo Schützen bekämpft. An Übergang... Ein rauchendes Panzerwrack. Verdacht auf AED. Wir sichern die Umgebung... Für eine Überprüfung durch Hund, kommen. So verstanden. Ende. Da wird Mortenwache beenden. Ja, klar. Du hast ihn angefangen, somit hast du ihn auch beenden. Äh... Also ich dachte immer, der hat angehört. Guck mal auf, hier rum ab. Alter... Hier aufgeronnen. Der hat Übersteuerungen. Äh, Marder ist wieder frei. Also... Übersteuert der Typ. Ich würde eigentlich nicht vorwenden, wenn da oben Fahrzeuge sein könnten. Ja, der Probi sichert ja die Umgebung jetzt erstmal. Ja, das heißt nicht, dass ich ein schönes Ding in die Fresse bekomme. Ich bin ja noch da. Ich kann den ja gleich aufhängen. Wir müssen ja nichts vom Boden aufheben, was immer auf dem Boden lag. Wir haben ja immer schon eine Ausnahme, okay? Ja, dankeschön, freut mich. Peter. Ich weiß ja. Wir sind ja ein Hund, wir dürfen das. Echt? Vorrauseigene? Vorrauseigene? Vorrauseigene ist ja nichts. Äh... Sitzender. Direkt auf der rechten Seite der Straße. Ein Mann, linksseitig der Straße. Zwei Mann, linksseitig. Drei Mann. Sitzender. Das ist jetzt äh... Wieso sichern die in unsere Richtung? Voll dumm. Ich weiß nicht. Ich glaub, es sind wir gestehen, bis wir anderen Friede kriegen. Ja, ich sag's mal so. Hallo. Bis, ähm, Made ab, ähm, Frieden gibt, würd ich mal behaupten. Wo? Ist genau einer herzüge gekommen? Äh, ja, ja. Ach, hi, Serraux. Hi, äh, ich bin euer Nassicherer. Ja, das ist gut, den brauchen wir grad. Was hast du all das dabei, möcht' ich mal fragen, Dave? Äh, ich... Ich hab' noch gar nicht so genau gekocht, auf jeden Fall ein Gewehr. Boah, geil! Ja. Immer ein Etwas, oder? Äh, ja. G36, Pistole, paar Granaten. Gut. Ab hier auf, kommen. Für die Taliban sollte es reichen. Ja. Ab, ne? Ab, komm. Wie weit seid ihr mit der Sicherung der Umgebung kommen? Äh, stellen. Ziehen jetzt von Umsicherung. Und dann... Wie her sind Schokopangs? Äh, ich hole mich zurück. Verstanden. Kann Hund vorrücken, um Übergang zu überprüfen, kommen. Macht positiv. Stopp. Nee, 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 ich war da von Fabian. Pustiv, kann vorrücken, um Übergang zu. Ich wollte schon sagen, war das nicht an die. Auf Verstand, Trennung, Hund, Vorrücken, überprüfen, Übergang auf IEDs kommen. Okay. Jetzt ganz so positiv hoch. Ja, unten haben wir es verstanden. Okay. Ich war jetzt hier ran. Ich war jetzt hier ran. Ich war jetzt hier ran oder... Äh, äh... Schrecken wir aus. 280er mit Nick. Ich bleib beim Fahrzeug. Ja, das ist schreiber zu Pöse erwischt. König, bist du mal rein? Ich bleib so auf IED-Reichweite weg von dem und hinter dem her. Ja. Nick? Ja, ich hab gerade aktiviert. Gut. Äh, fuch mal durch, dass unser... unser Team, der vorgeht und der Rest hier verklebt, nur so mitzukriegen. Untertitelung des ZDF, 2020 ist einer von euch hinter mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. E-Ax, E-Ax. Achso, nicht direkt. Solltet ihr mal die Funkfrequenz gehen? Komm mal auf Funkfrequenz 2 und tritt mir mal bei. Das wäre aber noch schlau. Ja. Welche Frequenz? 2. 2. Einfach NumLog2 drücken. Unter 2.2. Äh, nein, nein, oder? Mach einfach NumLog2 und dann müsst ihr auf Funkfrequenz. Funkfrequenz? Ja, du bist drin. Ja. Stopp, stopp. Mal bei ID, Ausschlag. Verstanden. Marder, ja und? Komm! Ja, Marder, komm! Arben-ID gefunden, ist aber explodiert, ungeplant. Wir melden uns wieder, wenn wir mehr wissen. I had a premature detonation. Oh Gott! Das passiert häufiger, ne? Ja, damit solltest du dich auskennen. Ja, auf jeden Fall. Ja, egal ob die Frau jetzt kommt oder nicht, ob es auch ich bin am Zug. Ja, ich auch schon. Ich meine, immerhin lasse ich hier die Leidenschaften in der Küche arbeiten, das ist schon so. Sehr großartig. Assi, ey. Ich zitiere ZF Cyanide, I'm a feminist. A woman should be allowed to make a sandwich wherever she wants. Marder, ja und, komm! Ja, Marder, komm! Arben zwei schwerverletzte, wir sind etwas mehr weiter mit ihnen beschäftigt. Ende. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab' mir gedacht, wie ich vorstell' was da passiert ist, ey. Ja, ich hätte schriftlich getrieben. Ach, man soll nicht drauf treten. Ja, bestimmt wollt' die Kranke zu mal safe. ja beim nächsten iti verdacht einfach so ein halbes die halbe munition an he auf die stelle und drumherum ja vor uns wird unsere infanterie schießt in richtung links scannen wir in richtung in 048 048 ich sehe auch nichts gerade nur tracer von der infanterie nach links fliegen sehen ja auch am bus ich habe nichts wo liegt der höhe doch wir haben kontakt oder 5 105 ich sehe nichts der ist weg der ist hinter der straße ja feindlicher schütze auf 1 1 1 neben dem baum muss ganz nah ran so um den zu sehen doch noch hier aufkommen gerade kann ja auch da mal ruhig was sie haben kontakte richtung osten aber keine sicht kontakt zu einem schützen schütze wurde vernichtet wir scannen weiter kommen gestanden ende das war dumm blöder fehler aber gut waren nur ap geschossen beim nächsten mal bitte dann die meldung erkannt ja damit ich dann weiter scannen kann naja also vorfall da ist sogar ap geschossen aber schlaft entgegen fällt auf ganzer linie ja schäm dich ja cool ja 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 Jupp. Machen wir. Es ist ja zu scheinbar, kämpft in den Boden zu sein. Panzer anhalten. Wir haben in Kontakt, hier links an der Mauer. Stimmt. Einer bekämpft. Irgendwo beschroffen. Ich weiß nicht, von wo? Panzer rückwärts Marsch. Rüffelkehr oder sowas. Panzer Halt. Technical auf 079. Panzer vorwärts Marsch. Panzer Halt. Ich sehe. Soll ich ihn noch ganz ausbetten oder weiter so? Lebt da noch einer? Die sind für Zweifel. Die sind für Zweifel. Gut. Dann schützen Panzer mit dem Jackbeet an. Und Panzer vorwärts Marsch. Die haben schon wieder gehalten. Ja, wenn dann der Sprengfall da dran ist, ne? Du meinst jeepstuff. Du meinst jeepstuff. AC. Okay, Panzer anhalten. So, Schützentrupp. Vorher, Jungs, ja. Linksseitig Panzer haben wir jede Menge Mauern, an denen ihr Deckung findet. Absitzen, Angriff über West auf Objective Zulu 1 und Zulu 2. Ausführen. Darf ich nach einem Schützentrupp linksseitig absitzen? Ja, war freindlich die Kräfte. Da sind sie schon weg. So, Schütze. Dein Sicherungsschwerpunkt ist Straße und nach rechts. Verstanden. Puma auf, hier Puma abkommt. Ja, aufkommen. Schützentrupp ist frei, komm. Auf, verstanden, Ende. Hemmer Kontakt. Erbegischwetze 055. Ja, Feuer. Brauchst du für sowas nicht meine Feuerfreigabe, ne? Ja, darf den nur beschleiten. Ich wollte den... Ja. ...wurso beklecken. Alles gut. War schwer. tc amada kommen mada befindet sich jetzt näher hp alpha angriff auf zulu 1 und 2 begonnen leichter feindkontakt außerdem bei übergang in überfluss in unserem südwesten vermutlich ied kommen ja verstanden bhat hund ist ebenfalls bei uns eingetroffen hat mir auch schon weitere details nennen können ich schicke bhat heraus so wie verarztung abgeschlossen wurde führen sie ihren auftrag fort war doch so verstanden im ende ich kann wenn du die kanone so hält wie du sie jetzt gerade hält kann ich bis maximal 140 nach rechts und bis maximal 0 nach links wobei ich nach links so gut wie nichts sehe weil da deine kanone weg ist so marder ab ist jetzt auf halbem weg nach zulu 1 panzer marsch ich habe rückfahrkamera falls ihr das hilft ja das ist gut dann kannst du sehen ok da ist irgendwas gerade von links nach rechts geflogen ja die tankstelle die panzer anhalten die tankstelle linksseitig ist hoch gegangen ja und eine riesenexplosion das war's mit dem so ab hier aufkommen da ist er abwärts große explosion bei zulu 1 was ist da los kommen so verstanden auf ende alles klar zulu die infanterie hat mit der panzer forst auf zulu 1 geschossen deswegen die explosion sollten wir große bomben sehen da rechts ist echt scheiße wurden die nicht beschossen? fragt die ja nicht, also panzerfaust? ich meine hat er nicht gesagt dass die beschossen wurden? ne er hat gesagt panzerfaust auf zulu 1 ich glaube wenn die beschossen wurden und so bereinigt werden wären sie tot das ist auf jeden Fall von links nach rechts geflogen wahrscheinlich so ein tief oder so ja ich lasse wieder rufen team rot seid ihr? ich gehe mal informationshalber mit auf deren kanal auf der kurzwelle warte besser hieß es nicht eigene treffen jetzt in sube an ja ja das Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen, kann sein, dass da AEDs drunter liegen, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Hier im Hinterhof ist die Meere Möse, kann sein, dass da AEDs drunter liegen, kann sein, dass da AEDs drunter liegen. Ein Klick. Ja, processus, ich sehe sie. Soll ich mit HAE bekämpfen? Äh, ne, lass sie mal noch. Hier im Ader, kommen. Verletzten sind versorgt und wir sind wieder auf dem Weg zu euch. Ende. Das war eigentlich dumm, dass ich dir das Ziel gerade angesagt habe, ohne dass du es bekämpfen sollst, ne. Ach, weil ein neues System, ja. Komisch ist, dass die, ähm, normal verschwinden, sobald ich ein bisschen rauskomme, als sie im Produkt sind. Ah, die sind zu weit weg dafür. Gleich weit. Ah, was machst du da, klar. Bally mampft sein Mikro! Num, 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 num! Um, ja, um, ja! Marder auf, hier Marder aufkommen Hier aufkommen Haben auf dem Berg im Südosten ein AT-Schützen gesehen aber leider wieder verloren, geben sie zu Acht, komm Aufverstanden, Ende So, wir haben im Südosten auf dem Hügel einen AT-Schützen Panzer rückwärts Marsch Ja Äh Schüden, ist die Stellung vorne Ich möchte einen Eingang haben Okay, Panzer anhalten Verstanden Gestehen Hier sieht man auch nicht groß was in Richtung Südost Ja, die Schwestbäume halten Ja Bärlanderfrau wieder Wirken händische, ist das meiste? Was machen wir da? Hallo Äh Auf, hier abkommen Aufhört, kommen Wir haben jetzt vermehrt oben an dem Puchstichkaliber auf dem Berg Mehreren auf Kontakte gehabt Äh, könnten wir das Puchstichkaliber zu durchausen Zwecken aushalten Kommt Aufverstanden, wir kämpfen Technical auf Berg im Südostende Ist noch, ich soll So, Panzer rückwärts Marsch Stopp Ach, wieder einen Meter nach vorn Noch ein Stück Stopp Ja, stopp Ja, links vom Technical, feindlicher Schütze Marderjahrhund, wir parken zwischen Marder und HP Alpha und warten nach weiter nach jeder Ende Auf ihn Stopp Ja, bin mir nicht sicher So, jetzt mach mal den 50 Kill noch Gut, der ist geplatzt Ab hier auf Äh, Technical ausgeschaltet, sowie ein Schütze neben Technical Ende Oh, bei denen ist alles eingesmokt Was ist denn da los? Start, Ken Hauer Start, Ken Hauer Und, ihr Marder abkommt Und hört Und hört Jetzt von uns irgendwo Da kommt auch der Fuchs jetzt Hinter uns Fährt jetzt links von uns vorbei Ah, ich hab Wärme gepackt, auf 1, 2, 1, 5 Copy Rot, FPG Schlüssel Gut Auf, hier abkommt Auf, hier abkommt Hier aufkommt Panzer, 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 rückwärts Marsch Hallo Was geht's? Schütze, Sicherung in Richtung rechts, ne? Ja Ja Ich bin bergab Walfall erreicht Gut Panzer, Halt So, jetzt Panzer, hart rechts auf die nächste Straße wechseln Und dort entlang der Straße langsam Marsch Beziehungsweise erstmal anhalten So Schütze, scannen mal den Hügel hier zu unserer Rechten Schütze, scannen mal den Hügel hier zu unserer Rechten Schütze entlang der Straße rechts und links sicher Schütze entlang der Straße rechts und links sicher Schütze entlang der Straße rechts und links sicher Hast du die Spiegel einklappen? äh Hab ich vorhin schon probiert, aber doch hier ähh Hab ich vorhin die ganze Zeit probiert, oder? Auf, hier abkommt Hier aufkommt Hier aufkommt Haben weitere Informationen zum eigentlichen Soldaten im Südosten, vermutlich ein Sniper bekommen So, verstanden, können Sie Position bestimmen, kommen So, Panzer anhalten Positiv auf Karte markiert Wir stehen Wir haben einen möglichen Scharfschützen hier in unserem Gebiet Machen wir keinen Schuss Ja, aber wo? Irgendwo vor uns war das Stimmt, der fette Felsen da Ich glaube, es ist der fette Felsen Okay, Panzer Rückwärtsmarsch Warte, ich hab kein Felser gesehen Irgendwo auf 124, in der Richtung da Da ist eine Dornrück So Ab hier auf Bisher keine Markierungen Scharfschütze erkennen können, kommen Ich glaube, wir sind vorne beim fetten Felsen Ja, könnte sein Von da kommen Sie, ich bin ja irgendwie draußen Ausgefühl Positiv markiert jetzt Äh Ungefähre Position Kann nicht genau, wo ich den Felsen kommen Da ist der fette Felsen Ja, sag ich doch Marder auf, verstanden Marder auf, wird verlegen Auf ihre Position Um Scharfschützen zu bekämpfen Ende So, Fahrer, äh, Panzer Rückwärtsmarsch Fahr'n los Gut, Panzer hart links lenken auf die nächste Straße Auf der Straße hart rechts und entlang der Straße Panzermarsch Oh, genervt die USC, äh, wer genau Zeus pinkt hier eigentlich Eine Nasenlankerkorn Jungs, drückt einer von euch die ganze Zeit Z? Nö Okay Hier Marder auf, von uns niemand Ende Ähm Z1 Ja, Marder auf Staukamer Panzer vorwärtsmarsch Panzer anhalten Okay Zwei, drei Meter zurück Äh, stopp, 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 stopp Machen weg den Bastard Jawohl Den Lümmel, du guter Birne Oh, Mann Ab hier auf Feindlicher Scharfschütze in Richtung Süd-Süd-Ost Vernichtet Kommen Oh, verstanden Lassen wir jetzt die letzten medizinischen Behandlungen noch durchlaufen und dann rücken wir Richtung Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd Ja Ja Nice Sicherung Ne, das können die nicht sehen Na logisch, ich sehe es auch Nein Durchs gelächte Gelände, die sind ein bisschen hinter uns, die sehen das nicht So, Achtung, linksseitig der Barrikade möglicherweise noch Da war ein LPG-Schütze dabei, also du wirst auch gehen können, ne? Jep Der BMP, der vorne ist, der ist bekämpft, ne? Das was wir mit dem Barrikaden haben Der BMP, ja, auf der anderen Seite, den haben wir bereits bekämpft, jawohl Ich hoffe noch ein Lektron, das wäre beim GG Gibt es Sonst noch einer verletzt von euch? ... ... ... ... ... Ich glaube, ich habe das recht seit der Brücke gesehen, auf dem 050. Auf unserer Seite der Brücke? Ja, frei. Okay, sollte reichen. Ich glaube, hinter der Barrikade oder vorerst sehe ich ihn. Marder, der Hund warten auf Watteposition 50 Meter hinter der Linie aufgesessen, auf weitere Einsätze. Ende. Und hier Marder, kommen. Rundwärts? Können Sie übernehmen, Stellung Sulu 1 und Sicherung entlang der Straße nach Nordost übernehmen, kommen. Wird so gemacht, kommen. Danke, Marder, Ende. So, Panzer vorwärts Marsch. Okay, drüben kurz vor Brücke, sehe Straßensperre, geben Deckung Richtung Compound und kann nachrücken. Panzer einhalten. Kommen. Da liegt noch einer am Schild, am Schild, am Schild, hinter der Brücke. Ja, der ist tot. Beschließt noch einer. Hinterm Schild. Hinterm Schild, ja. Siehst du, der kommt so ein Knarre vor, oder? Ja, ich stehe. Ich glaube, er hat ihn geschossen. Ja, ne, links. Ein Stückchen tiefer, ein Stückchen links. Das ist ja Witter, ich bin sahen. Ich sehe doch nur die Waffe. Ja, jetzt rechts. Ja, sag ich doch. Jetzt links davon, links, tiefer. Tot. Ja, zu schießen, weil der Sonata war. Ja, das Ding ist, ich habe von der Schild gehört und von der Makanda dieses Rauch, wie denkst du, wie sie ist? Auch halt. Ja, die Mündungsgase. Ja. Wie verwirrt ihr jetzt da hingucken? Das Ding ist, die wurden die ganzen Fronten beschossen, zwei, dreimal. Ja, das sehen die durch das Gras und die Geländewölbung nicht. Geil, ne. Schneller über den Gras. Ja, aber den hört man doch. Ja, aber Kontakt auf 089. Ja, könnte das auch sein. Ja, könnte das auch sein. Ja. 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 Ja, ja. Ja, das ist wirklich passiert. Ja, ja. Fahr starten. Kommen. War ich jemand von uns? Nö. Wo ist ein eigener? Ja. Der Krüppel da. Wer ist denn das? Hans ist das. Das ist Hans. Ab hier auf, kommen. Ab hier auf, kommen. Ist die Straße frei, kommen. Die Straße ist von Feinden frei, von IEDs kann ich Ihnen jetzt sagen, kommen. Ich meinte ob noch eigene vor oder hinter meinem Panzer die Straße überqueren, kommen. Negativ, Straße ist komplett frei. Auf, verstanden, Ende. So, Panzer rückwärts, Marsch. Fahrrück, los. Gut, Panzer halt. Panzer hart rechts. An der Mauer, die dort vor uns ist, eine Stellung aussuchen und ausrichten nach Sulu. Sulu 2. Ja, Sulu 2 überhaupt. Sulu 2 ist links von uns, rund nach unten. Ich fahr mal da rein, guck mal ob ich da drin sehe. Wenn ich da reinkomme. Die Anfrage haben wir gehört. Ja. Kann ich vorfahren, bis du hinten rierst? Ja, genau. Ja. Wir haben, 50 Meter vor uns, ein zwei-stückes Gebäude mit guter Rundumsicht von 2. Stock. Frage vor uns? Guten, danke. Auf 088 kannst du den empfehlen. Ich hab keine Gradzahl hier, damit ist ein bisschen Risky. Doch, scheiße, ja. Ja, doch, die lässt du da irgendwo. Irgendwo hast du die da stehen und gefahren. Ja, aber nicht, wenn ich mich umgucke. Ja, ich geh mal Oberluke. Guck mal, ob du was schönes findest. Sonst würde ich da hinfallen, wo die Leute sich gerade alle sammeln. Ne, 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 da noch nicht ganz hin. Ne, wir gehen hier also. Ne, wir bleiben erstmal hier stehen. Das ist, glaube ich, erstmal das Beste. Ich hab gehofft, dass hier noch so eine Quelle im Mauer steht. Aber anscheinend... Ja, darauf hatte ich eigentlich auch gehofft. Wenn du irgendwo eine bessere Stellung kriegen willst, kannst du auf die Stellung machen. Ja, auf die Schmelle gibt's ja nichts weiter. Verbleiben erstmal an der Stellung. Ende. So, wir haben immer noch eigenes MG-Team vor uns an der Mauer. So, eigene dringen jetzt in Sulu 2 von links ein. Wir haben immer Kontakt auf 355. Ich glaub, das steht nicht hart jetzt denn. Warte. Weit. 829 Meter. Ja, erkannt. Ich mach die Luke auf und geh an die Mila an. Dieser mit drauf. Soweit geballert. So, was haben wir da für eine Entfernung? 829 Meter. Genau. Von der Mila an sehe ich den nicht. Platziert. Guter Blick in Richtung... In Richtung Größe drehen. Ähm... Dreh mal in Richtung 355. Ähm... Ja. Team Gröne rückt nach in Compound. Kommen. Warte, warte, warte. Wurde selber fluchen. Warte dann. Auf 345. Auf 345. Auf 345. Die sind nur in Form, ne? Das wäre knapp. Ja. Ich schieße mit der Mila an. Ja, hast du auch nicht gesehen? Wie gesagt, nach Nord-Osten. In Traum, geil. Mit? Ja, hat Ordnung. Ja. Feindlicher Kampfpanzer vernichtet. Wo willst du? West drauf. Nord-Osten. Wir fahren nach außen. THC, hier, Marder kommen. THC, hört. Ich melde, der Feind verfügt zumindest eingeschränkt über Kampfpanzer T-34. T-34. Kommen. Verstanden. Das sollten dann tatsächlich nur zwei Einzelstücke sein. Laut Aufklärung standen die ewig lange an irgendwelchen Hallen rum. Marder hat verstanden. Ein feindlicher T-34 bisher vernichtet. Derzeit befindet sich Marder ab im Angriff auf Zulu-2 zur Sicherung von Objective Bridge. Kommen. D-34. D-34. Verstanden. W-n Bridge abgeschlossen gilt nach wie vor noch India einzunehmen, wenn zeitlich zu handhaben und die Motivation der Truppen aufricht erhalten kann. Co Hard. Kculo. Marder hat verstanden. Enda. Ich hab's dir das so eingeladen bekommen, ich hab mir zu bedanken für die einfache Seherfrage. Naja. So, fertig. Ja komm, wir haben auch später angefangen. India machen wir noch. Wir werden auch Leute töten. Ey, wir haben gerade einen T-34 vernichtet. Warum nicht? Wir haben einen T-34 vernichtet. Und eine A-430. Geil ey. Der von ISIS-Göpflat. Ja, so viele Fahrzeuge... Kontakt feindlicher AT-Schütze. 359. Entfernung. 359. Scheiße. Ja, war gleich da. Panzer rückwärts Marsch. Wenn er kommt, behabe ich ihn. Was? Tschüssi. Kannst du anhalten? Kein Käse für dich. Marder, ihr Hund, komm. Ja, wenn... Wir fahren auch nicht viel. Der nicht mehr. Der ist vernichtet. Die Armader, komm. Und befindet sich mit zwei Mann unter der Brücke, sind gerade beschossen worden und haben eine Sprengladung am dritten Brückenfall entdeckt. Komm. So verstanden. Beschuss von wo? Komm. So verstanden. Beschuss von wo? Wir fahren ins Marsch. Los geht die BWF. Und Panzer anhalten. Ah, ich sieh sogar ein Info, das ist Aha Kommen auf, hier kommen ab, komm! Hier aufkommen. Soll Ihnen von Hund sagen, Pionier ist eingetroffen, macht sich an den anderen, ich höre, komm! Auf, hat verstanden, Ende. Wieso entschärfen wir die eigentlich? Na gut, okay, wir müssen ja die Brücke räumen. Ja, stepp mal. Gut, sehr gut. Passieren können wir die Brücke nicht, wir kommen nicht an der Schrottbarrikade hier vorbei. Das sagst du! Ja. Meinst du, du kommst da vorbei? Das sag ich nicht! Aber ich sag'n Versuch, dass es enden kann. Nee, das ist... Das kann nicht möglicherweise passieren, wir können nur 500 Meter in die Luft geschlossert werden. Das ist zu eng. Alter, das sagst du! Das ist dann eben oben drüber, dann geht das. Ja, das war auch meine Idee, ja, so. Ein Anlauf-Team war alles drin. Ja, die sind doch über die komische am Auge gekommen, dann können wir über die Karte auch reden. Da gibt es ja keine ID, ich finde. Ich muss, ich müsste nur kurz Oberloh gehen, dann geht das. Ich hoffe, da weiß ich nicht, wie wir stehen. Das war eben nämlich bei der Mauer schon ein bisschen kritisch. Er hat schon wieder geflippt, aber... Ähm, ich habe Rauchentwicklung auf 039. Ja, positiv, glaube ich, den Infanterist schon bekämpft. Der hat noch kurz vor, bevor er abnüttelt, noch mal aufgeworfen. Okay. Ach, ich werde jetzt hier stören, aus dieser Rauchkolosse. Diesen darf frei sein. Das Letzte ist, was ich tue, dann habe ich diese Rauchkolosse. Das bösen westlichen Wächte, wo sie fehlen. Ich bin tot, mein Schalter. Ach, vor uns hängt wieder Infanterie rum von uns. Von den Häusern. Ich muss ja nicht beide gucken. Marder, ihr Hund, feindlicher Schütze westlich der Brücke. Bei einem Zelt. Ende. Westlich der Brücke ist ein Zelt? Ja, befind sich unten in der Brücke. Ja, Panzer vorwärts Marsch bis zur Barrikade. Vielleicht können wir da unten reingucken. Ich bin in der Barrikade. Ah, okay. Und Krieg? Nee, ich sehe nicht, Leute. Ich sehe die Rücken zu hinten. Ich sehe die Rücken zu hinten. Ja, nur weiter. Ich sehe die Rücken zu hinten. Ich sehe die Rücken zu hinten. Die Rücken hat einfach die Rücken beschränkt. Ich sehe sie schießen? Ja, aber ich sehe sie nicht, wo sie hier schießen. Wenn wir einen Zug gefährlich sind, ja. Bereit für Schuss. Nee, Pionier gefrengt. Wir haben so eigene, die an der Festkante sind. Gucken wir mal. Unter der Rücke. Ja. Wir gucken in den Rücken zu... ...303. Das war die Festkante vor uns vor. Feindlicher Raketenabschuss von 309. Ja, das Raketenabschuss mit denen, aber keinen... Hau dort und nach links HE rein. Verstanden. Und hier... Warte ab, Tom. Und hört. Haben wir was dagegen, wenn wir... 308. Hau da mal ordentlich was rein. Und hier unten bringen. Ja. Genau. Bei der ersten hier oben. Kaum Einsicht. Tom. Okay. Feuer einstellen. Hier rund. Wir haben von unten kaum... Das ist keine Sicht auf den... Okay, ist jetzt bekämpft anscheinend... ...der... ...RPG-Schütze. Aha. Wer war das denn? Okay, verstanden. Ende. Ja. Wir haben 36 Schuss im GEMA. Wir sehen, wie es das kostet. Ja. Klar, kann man sehen. Ja. Okay, wir warten mal. Okay, nachhören. tambachst du? Das war mal raus. Ja. Wow. Ja. Ja. them haben schrr. Sehr gut. Ich habe keinen gespendel, hatte ich ja gerade wieder auf 351 bekämpft da wo ich da einen der rpg schütze sind da kamen wahrscheinlich wieder rpg schütze auf der quertzmarsch war der jahr nicht zu kommen schütze auf 348 bewegung nach links entfernung 200 circa ist von dort nach links gelaufen hier marder kommen nordwestlich nordwestwest immer noch feinde teilweise auch rpg schützen einzelne wurden bekämpft aber sind immer noch recht aktiv und wir können die von hier unten so gut wie gar nicht einsehen ja verstanden marder hat sich in richtung nord nordwest kommen schuss rein so verstanden ende ich hab nur rauch links von glas schütze ab ihn auf 310 ne der hat uns geschossen mit der kreiber diese Woche ok behalte das mal im blick bitte kontaktschütze 336 rpg schütze ja jawohl weiter rein halten sind noch vorne ja einer zumindest wird ja beim nächsten mal wieder meldung erkannt ne naja behalte das im auge und feuer frei wenn du da wieder was siehst so laut drinnen aufklärung scheinen sie den taliban zu bereiten die bewegungen gehen in ihre richtung insofern auf angriff taliban an Brücke einstellen, Brücke halten, nach vorne. Marder hat verstanden, Brücke halten, feindlicher Angriff steht bevor, Ende. Jungs, zuhören bitte. Ab und und, hier Marder, kommen. Wir erwarten jetzt keinen Taliban-Angriff. Sucht durch die Unterstellung. Oder auch Kugelsicher. Und Richtung Brücke sicher. Grün verstanden. Ab und, hier Marder, Meldung von TOC, Feindbewegung in unsere Richtung. Auftrag ist Halten der Brücke, kommen. So verstanden, ist die Richtung der Feindbewegung bekannt, kommen. Ich vermute stark aus Nord, also aus Nord circa. Hund Stellung beziehen bei Sulu 1, Sicherungsrichtung Nord. Marder ab, Stellung bei Sulu 2 halten, Sicherungsrichtung Nord bis Nord-Ost, kommen. Marder ab verstanden. Hund hat verstanden und wird nach dem Entschärfen der Sprengstoffladung in die Position einnehmen. Alles klar, Marder Ende. So, wir werden uns dann ein Stück weiter nach hinten stellen, sodass wir die Brücke bzw. die Straße gegenüber im Blick haben. Also, wir werden uns dann gleich bis auf Höhe von Sulu 1 vermutlich wieder nach hinten bewegen. Achtung, SPZ Richtung Nord-West. SPZ in Richtung Nord-West. SPZ in Richtung Nord-West. Varder hier rund, Nord-West, Feindbewegung 113. Ende. Seh'n nicht, wo geht's im Aufkommen? Irgendwo Richtung Nord-West wird ein Feindbewegung 113 gewählt. Marder auf, hier mal abkommen. Hier aufkommen. Wir haben Richtung Nord-West ein SPZ gesehen, aber der war leider wieder zu schnell weggekommen. Ja, Auf hat verstanden. Wir sichern in die Richtung Ende. Feine Seen. Gesehen Richtung Nord-West. Panzer rückwärts Marsch. Los geht's! Feindliche Schützen auf 337. Ja. Ja, gut. Okay, Panzer anhalten. Weit, wenn du eine bessere Stellung findest, zum Beispiel auf unserem Dach, kannst du auch auf unserem Dach kommen, dann wechseln wir die Fläche. Okay, hier sehen wir jetzt gar nichts. Panzer vorwärts Marsch. Ja, verstanden. Schütze Hauptsicherung ist erstmal links. Panzer anhalt man. Wir stehen. Explosion links. Okay, Panzer hart links. Okay, Panzer hart links. Vorwärts Marsch. Panzer anhalten. überhaupt keine sich ja panzer rückwärts marsch ok panzer halt ich glaube aus nordost haben wir einen bmp panzer hart rechts entlang der straße ausrichten schütze sicherungsschwerpunkt rechts panzer vorwärts marsch war der rund unter der brücke ist gesichert ober der brücke wird gerade gemacht panzer anhalten wir haben jetzt einen eigenen am anderen ende der brücke so jetzt ist die frage wo ist der blöde m 113 ich sehe preislauf von rechts ziemlich heftig alles klar panzer stellung vor uns an der barrikade erledigt verstehe weiß ja du uns nicht zurückziehen ich glaube das macht 50 jahre da fließt die geschossen von rechts auf links mit gewartet ich glaube unser eigenes schießen da aufhören wurde ja ich habe gleich mal kontakt mit gampfer und weitere kontakte auf 009 aber eigentlich sind wir begämpft worden und und zur rückwärts marsch kontakt auf 015 so das war auf 015 hinter den bäumen so panzer langsam vorwärts marsch fahrzeug beschädigt werden angegriffen aus richtung nord nord ost kein kontakt zum feind kommen ist villa auf 2 testanzen an nehmen versuchen uns zum buchtig vorzug zu machen ok panzer anhalten ich habe sie nicht gesehen absolut so siehst du ca 50 m vor uns zwischen den beiden laternen nach links rein und links daneben die mauer ich sehe nur links rein links rein und daneben ist die mauer läuft quer zu uns an der mauer stellung in richtung nordost schütze weiterhin in richtung 0 3 8 0 4 0 so die drehe ja fahrzeugkontakt in richtung 0 4 4 gegenüber an der braun ja m113 genau aufhört kommen auch eine dringende unterstützung an zwei spz einer bekämpft einer sagen leben das ist zweiter spz hoher kommen richtung nörden alles gerade fahrrad zurück auf die straße ausrichten entlang der straße ich sehe ich sehe halt nichts ok fahrer vorwärts marsch der ist irgendwo links super ab hier auf feindlicher spz in richtung nord vernichtet ende fack ey das war jetzt eine schwere geburt dessen thema ist auch kaum erkennbar ja das ist wohl lächerlich ja ist halt so so panzer vorwärts marsch los geht's so also machen wir ja das ist ist klar panzer vorwärts marsch Lose geht's! Die Kontakte, stopp! Kannste einhalten! FG-Schlüssel bekämpft! Leitere Schlüssel bekämpft! Weitere Schüsse aus links! Panzer vorwärts Marsch! Schütze irgendwo auf 3, 4, 8! Panzer anhalten! Panzerwenden links nach 3, 2, 2! Erledigt! Da vorne den Baum plattwalzen und dort Stellung! Liegt da nicht einer auf Nord? Wo liegt das? Nord? Direkt Nord, mitten auf dem Gras? Oh ja, das ist der Fall! Ja! Paketenabschuss dahinter! Obendrüber! Ja! Bin da auch noch mal ausgefabriert! Ja! Jetzt wird drauf müssen, oder? So! Velli, hast du die Stellung erkannt? Ne, ist auch noch mal! Bitte? Gut, vor uns ist ein Baum! Oberhalb von der Klippe! Ja, direkt voraus, oder was? Du bist auf 3, 2, 2, ne? Jo! Dann ein kleines Stück links! Den Baum plattwalzen und dort Stellung! Beim nächsten Mal bitte Meldung erkannt! Ja! Die sind hier, oder was? Jawoll! Ja, dann hab ich's erkannt! Jetzt bin ich sicher, welcher Baum! Also, hm, hm, hm! Ist das nötig? Ja, glaubst du! Warum? Warte, warte! Äh, wieder rechtsseitig? Ja, da ist er... Also, ich glaub, blau und da auch... Äh, 0,0! Panzer rückwärts Marsch! Jo! Panzer halt! Alter, bist du stehen? Ich würde festfallen! Ja, Technical! Technical! Rechts von uns! Oh! Und zwar auf... Nein! Feindliche haben wir auf 0,7, 2! Entfernung 236! Oberhalb vom Flussbett! Daneben! Rechts daneben! RPG-Schütze! Schön! Marder hier unten, komm! Ja, Marder, komm! Infanterie von Marder meldet! SPZ steht Richtung Nord-West! Hinter der großen Fels-Proformation an der Hügelkante! Ende! So, wir haben... Alles klar, gut! Ich hab noch einen RPG-Frit! Auch Technical für sich! Ja, richten wir die Schlammeln! Ja, da war wieder auf uns nach rechts gelaufen! Wir sind ca. 50 Meter hinterm Technical! So, wir haben irgendwo Nord-West-Hügelkante einen feindlichen Schützenpanzer gemeldet! Ja, hinter der Felsfall muss man sagen, die, ne? Ja! Direkt im Nahbereich! Hansa, rückwärts Marsch! Ja! So, hier auf der Straße, hart links! Und entlang der Straße... Und entlang der Straße... Auf der Infanterie, aber... Ja, lass die... Auf der RPG-Fritse... Ja, gut, dann weiter, Paul! Und jetzt entlang der Straße Marsch! Millers hier rechts und euch am Haus oben drauf! Diese Mauern sind echt ein Schissen hier! Aber der... So, hier vorne an der letzten Mauer... Hart rechts! So! Ja! Ja, ne, noch links an den Mauern vorbei! Ne! Diese Mauern sind ätzend! Erledigt! Erledigt! Gut! Bist du ganz vorbei? Ja, ganz, ganz vorbei! Und dann an den Mauer... Hinter den Mauern wieder hart rechts! So! ... So, wenden auf! 017! Oh! Panzermarsch! Schütze, guck mal wer... Hauptsächlich... In äh... Richtung... Null... also nach Norden DPZ bewegt sich Richtung Nord-Ost da ist jeder umgegriffen Ost auf jeden Fall Panzer Marsch Schützern M113 ausgeschalten Panzer Halt feindlicher M113 ok ist geplatzt Ich könnte auch rechts an die Mauer gefahren neben uns wenn das Spott wäre vielleicht Ja dann nimm mal an der Mauerstellung Warte stopp Wie ist da raus? Ja auf 750 KM Auf 031 Stationäres Ja 9000 Meter hat sie erledigt 9000 Nein 900 Meter 1000 Meter Ja Viel näher aus Fahre ich den Busch oder den Baum nochmal platt oder was? Ne hier siehts gut aus Gut Musst du mein Kissen wieder richten im Moment? Ja Ja ich habe ihre Kontakte auf 023 entfernen und 600 Meter 023 023 Ja auch an der Fabrik also Ja in der Fabrik das Die lassen wir mal Ja die Kontakte Panzer Halt Ab Linke landet So Brauchen wir weg jetzt Da ist ein Bunker draußen im Norden Da bin ich schon besetzt Wie ist denn bei euch Kanadier eigentlich? So Panzer vorwärts Er hat Marsch gesagt Ja das ist richtig Ja Panzer vorwärts Panzer vorwärts Marsch Hart links Scheibenbaum Komplatt Da wird ja auf einen geschossen So Rechtseitig an den Gebäuden vorbei Hallo Marich So hart rechts und rechts in Sattelposition Stellung Wenn ich falle übernimmst du Kommando Sie gestanden Er kommt Und ausgeführt Gut Schütze vor uns zwei Bunkeranlagen Rechte Bunkeranlage ein Schütze Marder Marder hier Hund Ja Rechte Bunkeranlage ein Okay Hier Marder Unsere Position ist Eins Sieben Null Null Zwo Vier Numpet Sieben Kommen So verstanden Ende Wir gehen weiter mit Kompakt Ja Ego Aus der Pupply-Gelände Gut Panzer rückwärts Marsch Panzer hart links und vorwärts Marsch Panzer hart links und vorwärts Marsch Ausgeführt Links an der Mauer vorbei, danach harte rechts in Richtung Nordmarsch Links an der Mauer vorbei, danach harte rechts in Richtung Nordmarsch Wir werden verfolgen 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 Ja So rechtzeitig an den Gebäuden vorbei auf der Hauptstraße hart rechts und Panzer anhalten Alles klar Ja Wir stehen So Schütze hast du noch Kontakt in den Bunkern links oben? Negativ Alles fort Gut Panzer vorwärts Marsch So Straße links verlassen und an den großen Steinen rechts davon Stellung Erkannt Infanterie-Truppe bereit machen Ja Schützendruppe bereit machen zum Absitzen Okay Schönen Drei Krennte Hurgi-Kuppe befindet sich in einer kleinen Tower Da Es gibt plötzlich einen Schütze, oder? Alles klar So Schützendruppe absitzen Ansetzen zum Angriff auf Object India aus Richtung West Wir befinden uns südlich auf der Hauptstraße dann Ausführen Ja, in der Drehung absitzen Alles ist schon raus, bis das fällt Ja Nicht schlecht Maler auf, hier Maler auf, Maler ist frei Komm Maler auf, verstanden, Ende So, Panzer rückwärts Marsch Da steht der Fuchs hinter uns Oh, warte Ja gut, dann rückwärts Marsch und fahr halt um den Fuchs drum herum Hast du eine Kamera So Ja, auf der Straße und auf der Straße dann ausrichten nach Ost Ja, fahr ich Erledigt So, wir haben eigene jetzt vor uns, linksseitig der Straße Ja, das ist ja Ich habe selber noch keine Wärmekontakte Ja, ich hatte einen auch 089 im Grand Tower, kann aber anders zu ziehen Okay, Panzer vorwärts Marsch Los geht's Güi Panzer anhalten Kontaktschütze auf 089, Entfernung 496 Unklapp, ok Ja Ist das nicht da im Tower? Ja, das ist ein Tower, in dem der ist. Dann liegt der da. Hat aber ein Hit, das hier. Warte mal, ich sehe den Kopf. Müsste es noch ein µ höher. Ja, ist verschwunden. Sehen auch nicht mehr. So, eigene befinden sich jetzt links oben am Bunker. So, so, Panzer nach links lenken auf 086. Anliegen. Und Panzer Marsch. Und vor uns ist rechtsseitig so ein Busch auf Höhe des Busches Stellung. Ist er hier? Rechtsseitig. Ja, ja, gut erkannt. Erkannt. Und wir stehen. Kontaktschütze 090, Entfernung 1, 175. 099. 090. 090. Ja, nicht erkannt. Nicht erkannt. Kann sein, dass er für dich hinter dem Strommast ist. Kann sein, ja. weiterer Wärmekontakt auf 091, Entfernung 172. Nichts sehe ich jedenfalls nicht. Na doch, wenn ich aussuche, muss ich sehen. Ja. Kann ich reinziehen? Dann Feuer. Ja, hat sich hingelegt. Soll ich HE machen, oder? Negativ. Ich möchte hier an der Fabrik nichts beschädigen. Ja. Ich hoffe, dass ich dir zeige. Ich glaube, ja. Puma auf, hier Puma abkommen. Ja, aufkommen. Sonu 3 ist gesichert. Wir rücken jetzt Richtung India vor. Kommen. So verstanden. Marder auf, wird in Stellung gehen, südlich von Ihnen, in der Nähe von Punkt BRT. So, auf uns wird geschossen. Ich bin weg hier, tschüss. Ey, das ist Kleinwaffenfeuer. Ich bin ohnmächtig gewesen, Mann. Ich muss weg. Ich war umwichtig. Ein Schuss direkt umwichtig. Kontakt, Schütze 088. Entfernung 586. 088, positiv sehen. Wie ist die Tüte drin in einem kleinen Kaliber? Warum warst du Oberluke? Nein, Unterluke. Ein Schuss ohnewichtig. Was? Ja. Was soll denn hier durchkommen? Hä? Wie weiss ich nicht? Fall den wo durch? Die Seeschlitze oder was? Kein Plan. Aber ein Korsetreffer, ohnmächtig gewesen. Lol. Ist da irgendwas fettes? Das schießt doch hier direkt nur so nähe, oder nicht? Ja, ich krieg wieder was davon kommen. Das kommt von links. Ah, sehen. Nee, das war da nicht. Komm mal weiter nach links. Lol, nahbereit. Daunah. Krass, scheiße. Trotzdem fraglich, wie der von dort mit der AK durch den Panzer kommen konnte. Ich hatte jetzt gedacht, dass es eventuell ein russischer Scharfschütze mit einer T5000 irgendwo ist. Alter, ich war nach einem Schuss direkt. Belly, kannst du... Hast du die Heckluke noch offen? Nee. Sicher? Nee. Ich hab's dir nicht zugemacht. Die Manners hat die zugemacht und wieder offen gemacht. Ja, die ist offen. Die ist zu. Jetzt geht sie zu. Und jetzt ist sie zu. Okay, so Belly, wieder vorne an dem Busch Stellung nehmen. Jetzt mach ich das auch. Jetzt ist logisch, wie der dich erwischen konnte, du Dödel. Ich hab's dir nicht... Ich hab's dir nicht wieder... ...auf und zu gemacht. Ich hab's dir nicht zugemacht, ich hab's dir losgefahren, so meinst du mir hier... Wir haben Kontakt ja auch. Ja, weg, immer. Aber war auf dem Objektgebäude. So. Belly ist Stellung vor uns an der Hügelkante, circa 10 Meter. Auf der Kante. Verstehen. Dass Marder hier Hund kommen. Hier Marder kommen. Haben Feinde im Nahbereich und im Süden von HP Alpha bekämpft. Vielleicht sind da noch mehr. Komm. So verstanden. Hund kann Stellung BRT beziehen. Achtung, Stellung selbst wurde noch nicht eingenommen. Kommen. So verstanden. Ende. Es wär lustig, wenn sehr viel von uns alle ausgeschnitten sind. Hätte easy geschafft. Ja. Vor allem muss er an dir vorbeigeschaffen haben auf mich. Was für ein... Ja. So, Belly vor uns. Compound mit BAT markiert. Links davon Stellung. Ist direkt vor uns der kleine Compound. Links Stellung hast du gesagt? Links davon Stellung, ja. Eigner? Am Eingang? Jawoll, Sicht. So, Winters, dreh mal nach links, bitte. In der BRT hier ist. Kannst du mal auf Neo kurz fahren, dann? Ja, kann ich machen. Sag dir nicht, wie das passiert ist, ja? Wir nehmen die erste Starry. Ich bin vorne durchgeschnitten. Ja. Und hier Marder kommen. Und Hurt kommen. Wir bräuchten dann mal einen Sani im Schützenpanzer, um meinen Fahrer zu nähen. Kommen. So, verstanden, du bist unterwegs. Komm. Wir sagen, ich habe der Schädel. Marder Ende. Naja, wir sagen, es ist eine Platzwunde, weil du da in den Schädel gestoßen hast. Naja. Die liegt ja mal hier auf meinem Lenkrad. So, Panzer jetzt nicht bewegen, der Sani kommt gleich, ne? Ja. Auch der Rest von uns ist korrekt, dass wir in den Detox haben. Ja, ja. Wenn ich jetzt schmieren will. Ist doch schon Spaß zu werden, die hat jemand hier mal da. Oh. Aber da ist eine hässliche Flagge auf 019. Darf man die beschließen? Ist richtig kontestlich. DDR-Flagge. Naja, die kriegst du, glaube ich, so hin. Marder, ihr Hund. Ja, Marder, komm. Ich bin gespannt, wie du warst. Feind im Nahbereich bekämpft, Taube ist getroffen und schwer verwundet. Oh, Mann. Mann, die Rest von der Sicherung in Ordnung ist. Marder hat verstanden. Brauchen sie einen Sani, kommen. Definitiv, ja, kommen. Alles klar, Trennung, Marder, ab, hier auf, kommen. Marder, ab, wir brauchen euren Sani auf Position BAT. Sani des BAT ist getroffen und schwer verletzt, kommen. Versuch mal ein Bestes. Wir sind selber leicht angeschlagen. Komm, Daten. Leicht angeschlagen. Ach so, verstanden. Dann nehmen sie Dach des Industriegebäudes im Norden des Komplexes ein, da wo sie reingegangen sind, und schicken sie uns den Sani her. Komm, Daten. Verstanden, wird gemacht. Ja, echt angeschlagen haben, die Stupfen, oder was? Ich kenne das, leichte Glöcke und so. Ja. Einer ein Stein im Schuh. Sand in der Moscheen. Ja. Der Passe ist echt ein Ostern. Dann haben wir gerade so eine T-Shirt-Faschung. Die unter Russen liegen, sie. Der ist schon der Blödsinn, der ist schon der. Soll ich so lange ausmachen, die Motto? Negativ, der bleibt laufen. Ich habe jetzt halt Klimanagern. Umwelt ist mir scheißegal. Sehr gut einstellen. Das war eine Äpfeljörl. Eins, zwei, drei, vier, sechs, zwei, drei, trotz des neue lifting pieces. twenty-three, three, zero, stop la-la-la-la-la. Puma-A ※W치. abkommen hier aufkommen und zurzeit es kann sein sein marder hat verstanden ende so fahrer links von uns auf 016 ist ein tor dort stellung und ausrichten in den compound rein so schütze dann in den compound rein zielen mal gucken was wir da so jungs wir stehen direkt voraus jungs muss weg der holt der weg hier raus ich war wieder rein der holt der ist direkt voraus direkt voraus in dem kaputten haus bei lagerhalle weiter links davon noch einer mach ihn weg nein das ist kein eigener der hat gerade unsere eigenen erschossen da kommt noch einer von rechts so los fahrer links ist eine treppe dahinten daneben rechts ist so ein rostiger tank an der treppe und ausrichtung in die richtung woher gerade die feinde kamen achtung vor uns wird gerade eine rübergetragen aufhört kommen äh sehen die richtung süden die rauchwand kommen in den verfahren kannst du über die treppe rücken wird das negativ kommen südliches compound ende steht ein fahrzeug mit 50 liga war besetzt äh ich weiß nicht ob es jetzt besetzt ist äh halber trupp gefallen so verstanden sitzen sie mit ihrem trupp auf auf marder kommen und so verstanden sag mal drückgescheid so verstanden verlegen sie in den großen flachen bunker dort treffen wir uns mit ihnen kommen ja wir warten jetzt hier dass die ihre jungs bei uns einladen dann verlegen wir zu den bunkern zurück aufhört kommen sind patienten dann am einladen 3 liegen am boden 3 liegen am boden 2 sind am schick meldung wenn alle aufgesessen schnell zins rechte trecken rechte kette beschädigt rot das ordnet bewegung nein wir kommen schon noch weg wenn die infanterie jetzt endlich mal schnellstens aufsitzt nein wir können uns jetzt nicht bewegen weitorts nein exklusionsfrauben machen wir hrw bei weitorts von hier vorne woher kommt denn der beschuss warte auf können ein patienten nicht einladen die nehmen den auf den bauch ziehen uns zurück ich habe keine ahnung der lässt sich leider nicht an auf hat verstanden können sie warum können sie den nicht einladen kommen ich habe keine ahnung der lässt sich leider nicht einladen mal darauf verstanden so siehst du den in der rückfahrkamera nö ja panzer rückwärts marsch haben sie einen zurückzugspunkt dhp nö geht nicht alles klar ich steig kurz aus ja rückzugspunkt westlich der anlagen rückwärts 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 So, ist die rechte Kette repariert? So gut, Panzer rückwärts Marsch, danach vorwärts Marsch, und nach rechts wieder aus dem Ausgang raus. Zurückkehren zu dem Bunker im Westen, selbstständig. Aufhören, kommen. Ich muss mich selber erst mal verbinden. So, verstanden, Hund, hier Marder, wo sind sie? Die kommen. Verbinde, Niklas. Hier, Hund, sind an den Bunkeranlagen westlich, der Anlage. War das HP Bravo? Marder hat's verstanden, Ende. Nördlich von HP Bravo waren die Bunker auf dem Hügel. Marder, hier, Tierzwecker. Hier, Marder, kommen. Nicht deutsch? Eine Gruppe Jäger stößt jetzt zu ihm dazu und wird ebenfalls in die Fabrik eindringen. So verstanden, Marder aus eigener Kraft nicht mehr imstande, den Angriff auf India fortzusetzen. Ich wollte gerade Medivac für meine Jungs anfordern, kommen. Verstanden, Rückzug aus eigener Kraft sind nicht möglich, kaum. Negativ, gibt Probleme mit Verladen, der Verletzten in den Marder, kommen. Prüfen Sie dies noch einmal, kaum. Ruhig, guck mal White an, Alter, Alter, der ist. Hier auf, ab, oh shit, der Patient, der nicht verladen sein konnte, ist gerade gestorben, komm. Verstanden, dann komplett aufsetzen, Hund ebenfalls aufsitzen und zum Rückzug nach Objective Bridge. Bereit machen, kommen. Wir haben hier noch drei Verletzte, also wir brauchen die vierte, die fünf Seiten, jeder. Ich weiß. Der Sunny ist aber außer Gefecht. Beide, beide? Ja, einer sitzt doch bei uns hier drin. Ach, stimmt. Warte, voll. Vollnick. Wir sollen die Verbundenen wohl ausladen lassen, dieses Grad. Nein. 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 Sind alle drin? Von Hummer ab, äh, Marder ab, ja. Hund, Hummer ab, ja. Ja, von Marder ab, bitte steppen, HLG durchführen. Hund hört, komm. Rückkehr zu Objective Bridge, kommen. So verstanden, komm. Am Marder-Ende. Gut, so, Panzer, Moment. Wo haben wir denn jetzt hier? Ja, Panzer rückwärts Marsch. Kommen, habe ich. Kannst du Niklas? Servus, ich habe einen anderen Patienten. Niklas, ich mache ich. Seven und zwei. Wer haben nur die anderen Patienten? Welche denn? Äh, Seven. Gut, Panzer halt. Panzer hart rechts. Panzer hart rechts und vorwärts Marsch. Ja, es liegt gerade. Kein, äh, kein, wo ist kein Flugzeug? Ja, HLW durchführen. HLW machen. Wir fahren. Verstanden, wir müssen die HLW versetzen. Marder Jahrhund. Sollen wir dann vorfahren kommen? Ich dachte, ihr seid hinter uns, aber ja, kehrt selbstständig noch Objective Bridge zurückkommen. So verstanden. End. Da war die Markierung wieder an, wo wir vor waren, ne? Ja, da vorne an den Gebäuden links vorbei. Was hast du das gelaufen? Links lenken. Gerade. So, hart rechts und durch das Flussbett auf die andere Seite. Perrox, wir nehmen, äh, Grand-Code. Bitte? Du, wir nehmen's Cod-John, ich guck mir's Helden an. Okay. Okay. So, vor uns auf der Straße, linksseitig scheint eine Sunny-Station zu sein. So, hier auf der Straße, entlang der Straße ausrichten. Ich hab Niklas wiederbelebt, also er ist da, aber noch ziemlich schwach auf Beine. Er hat aber Puls. Gut, okay. Motor aus, verbundeter ausladen. Wie gesagt, hier. Wie gesagt, hier. So. 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 So, wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020